Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe euch hier mal den schönsten Raid eingeblendet, also für mich persönlich der schönste Raid, den ich in letzter Zeit gemacht habe, denn okay, ich muss sagen, ich finde Grisil ja an sich jetzt nicht wirklich berauschend, ist leider kein starkes Pokémon, man kann damit nicht wirklich was anfangen, es sieht natürlich wunderschön aus, wenn man sich das so anguckt, so ein zartes Vieh und jetzt ist am Raid auch noch eins erschienen und es hat gerade geschneit in der App und im Fangbildschirm, da konnte ich mich ja gar nicht mehr halten, das sah einfach so zauberhaft aus, wie dieses zarte Pflänzchen in dieser Schneelandschaft, der darum vegetiert ist und gefangen werden wollte, das hat mein Herz so erwärmt, das musste ich einfach aufnehmen, das musste ich recorden und festhalten, Gleichzeitig ist es auch das höchste Griselia, was ich bis jetzt gesehen habe, bei mir, weil ihr wisst alle, 1633 ist ja das 100%ige, das hat 1624, 15 Angriff hat es glaube ich, ist aber nur ein 93er, kein 96er, Aber es ist auf jeden Fall jetzt mein bestes Griselia, was ich habe und das in so einer schönen Winterlandschaft, bei Schneewetter, also was will man mehr, das ist eine feine Sache, jetzt hätte es um mich herum natürlich auch noch schneien müssen, Aber ich habe die Kamera ja eh nicht dabei gehabt, aber kalt genug ist es ja draußen, habe das also auch eingetütet dann und was ich noch ansprechen wollte, der Sinostein, wie einigen natürlich aufgefallen ist, Manche haben sich ja schon beschwert, die wissen überhaupt nicht, wo der herkommt, wo man den herbekommt, wo es den gibt, keine Ahnung, dann heißt es immer der Feldforschungsdurchbruch, Ihr bekommt da einen, manche beschweren sich dann, sie haben keinen bekommen und wollen den 7-Tage-Stopper drehen, keine Ahnung, Jetzt ist natürlich, hat sich wieder was geändert, bisher war er eigentlich garantiert, dass ihr bei dem Feldforschungsdurchbruch, wenn ihr euer Ninja-Tom abholt, immer auch einen Sinostein mitbekommt, Aber, das ist jetzt nicht mehr der Fall, es hieß erst, es ist ein Bug, da ist ein Fehler, man soll warten, bis man den Forschungsdurchbruch abholt, Weil manche berichten, dass sie gar keinen Stein bekommen haben, man dachte, es ist ein Fehler, aber es ist kein Fehler, das hat schon alles seine Richtigkeit, Denn die 100% Droprate ist nicht mehr garantiert, ihr bekommt nicht mehr mit jedem Feldforschungsdurchbruch einen Sinostein, die werden jetzt willkürlich verteilt, Wenn ihr einen bekommt, dann habt ihr Glück, wenn nicht, dann habt ihr Pech, bis jetzt habe ich immer einen bekommen, Spiele-Trend hat vorher auch schon immer gesagt, das ist nicht 100%, wahrscheinlich war es aber doch 100% bisher und ab jetzt, seitdem das Let's Go Event weg ist, ist es keine 100% mehr, Hm, also, ist eine rare Sache der Sinostein, da muss man jetzt aufpassen, wirklich, für was man den benutzt, Manche sammeln ja dann natürlich männlich-weiblich, die müssen dann jedes Ding gleich zweimal entwickeln für 100 Bonbons, auch den Crab, Manche wollen dann ihre Hunderter entwickeln, manche wollen dann ihre Shinies entwickeln, manche müssen also das zweimal und dann jeweils noch männlich und dann jeweils noch weiblich und, Also, das ist auf jeden Fall trotzdem eine Sache, wo auch Langzeit-Motivation garantiert ist, wenn ihr nur einmal die Woche so einen Stein bekommt oder nur alle zwei Wochen oder gar nicht, Aber besser so, als wenn jetzt in einer Woche alle Entwicklungen durch sind und dann wird wieder rumgeheult, das was Neues kommen soll, ist meine Meinung, Ist gut, dass das Ding selten ist, die anderen Entwicklungs-Items, die waren ja auch eine Racheté, die waren ja auch selten am Anfang und jetzt mittlerweile nimmt man die und schmeißt die reihenweise weg, Weil man sie einfach nicht mehr braucht, nicht mehr sehen kann und damit das mit dem Sinostein nicht genauso ist, ist es also gut, dass der jetzt nochmal reduziert wurde und wirklich selten bleibt Und man den mit Verstand einsetzen soll, das war es aber von meiner Seite aus, guckt euch den schönen Raid an, Und geht raus, fangt auch noch ein paar Greselia, auch wenn das Teil nicht so krass ist, aber wer weiß, was danach kommt, schlechter geht wahrscheinlich immer, Besser geht natürlich auch, alle wünschen sich Groudon oder Rayquaza als Shiny zurück, aber vielleicht kommt wieder was ganz Neues Und ja, kann man natürlich nur rätseln, ist gut, dass jetzt auch so ein Crap da ist, weil das Wetter eh meistens schlecht ist oder zu kalt, die meisten Leute gar keinen Bock haben rauszugehen oder zu raiden Und so hat man wenigstens nichts verpasst Das war es aber jetzt von meiner Seite aus, ich rede schon wieder viel zu lange und wir sehen uns beim nächsten Mal, genau, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses Bis são des Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis Olum In der zwei Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal,IL